Hier ist jetzt mal ganz vorne. Na Matthias, wie gefällt ihr die Bella? Mir gefällt die Bella unheimlich gut. Es ist unheimlich viel Platz. Es ist ein super toller Wellnessbereich. Und ja, ansonsten ist es genau wie auf allen anderen AIDA-Schiffen. Und ja, wir werden euch jetzt dann gleich noch das Restaurant zeigen. Wir gehen ins Marktrestaurant und ja, bis später.